Für unsere Volleyballerin Denise ging es zusammen mit der Junioren in der Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation. Doch wie sieht sie selber die Chancen für eine erfolgreiche Qualifikation? Also bei uns legt jetzt die WM-Qualifikation an, ab dem 7. Mai. Und ja, da versuchen wir uns dann für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ja, also kann man schon so sagen, wir sind halt jetzt beim Lehrgang quasi. Also alle sind hier aus den verschiedenen Bundesländern. Und ja, wir fahren jetzt noch zum Lehrgang nach Chienbaum für ein paar Tage, weil wir halt Länderspiele gegen die Russinnen machen. Und ja, danach kommen wir nochmal ganz kurz hierher und dann geht es in den Flieger nach Burgayien. Bei der Qualifikation werden wir gegen Lettland, Kroatien, Griechenland und Burgayien spielen. Ich denke, unsere Chancen stehen sehr gut, wenn wir einfach so zusammenhalten, wie jetzt auch im Training. Also meiner Meinung nach läuft es sehr gut. Und wenn wir es jetzt einfach noch ein bisschen ausbauen und weiter so zusammen spielen, dann denke ich, sind unsere Chancen sehr gut. Naja, wenn ich mich anstrenge und wenn ich Qualität zeige und die bestmögliche Leistung abrufen kann, dann werde ich sicherlich spielen. Und wenn nicht, dann? Nicht. Die Weltmeisterschaften, also wir fliegen glaube ich am 20. Juni und ja, dann bis 2. Juni. Wir träumen natürlich davon, aufs Treppchen zu kommen, aber ja, erstmal sehen, wie es dann ist, wenn wir uns kompliziert haben. Dream! Weg! Und reich! Das Video von Denise zur WM-Qualifikation könnt ihr schon bald hier auf unserem Kanal finden. Und bis dahin schaut euch doch mal diese Videos hier an. Dann mal bis dann! Dann mal bis dann. Dann mal bis dann. which... Vielen Dank.